Was geht? Wir sprechen heute über die Änderungen, die von NBA 2K letzte Woche für das Gameplay angekündigt wurden. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich dachte, ich hau trotzdem nochmal ein Video dazu raus. Wurde jetzt auch schon ein, zwei Mal nach meiner Meinung gefragt. Hier ist sie. Meine Meinung. Grundlegend gilt, und das sage ich jetzt direkt vorab, weil sonst sage ich es bei jedem Punkt einzeln. Ich glaube, alles, was ihr im Folgenden hören wird, erst wenn ich es im Spiel sehe und spüre. Also im Vorhinein kannst du immer viel ankündigen, du kannst immer viel labern, du kannst Sachen hypen und da ist 2K wirklich gut drin. Aber ob das dann wirklich so in Wirklichkeit gut ist oder ob es das Spiel eher schlechter macht, das erfahren wir erst, wenn wir das Spiel schon gekauft haben. Das, was jetzt vorher passiert, ist nur Werbestrategie. Ganz klar. Noch fünf Wochen, vier Wochen, dann kommt das Spiel und jetzt wollen sie verkaufen. Die möglichst vorbestellen. Ich sage euch, bestellt nicht vor. Wenn ihr zwei Tage vorher spielen wollt, während die Sonne jetzt hier so ein bisschen reinblendet, egal, dann bestellt euch zwei, drei Tage vor dem 4. September vor. Dann könnt ihr immer noch zwei Tage früher spielen. Am 6. ist der Release, am 4. ist Early Access. Lasst ihr noch ein bisschen zappeln, vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr Boni raus. Und jetzt in die einzelnen Änderungspunkte und was ich dazu sage. Damit wir uns nicht den ganzen Bericht durchlesen müssen, nehme ich hier den Gameplay Trailer von NBA2K25, der auf YouTube auch hochgeladen ist. Wir starten hier erstmal mit ein paar allgemeinen Dingen. Die Musik ist im Hintergrund ausgeschaltet von diesem Clip, weil ich da keine rechtlichen Probleme haben möchte. Man sieht hier ein paar Player Models, wie sie im In-Game aussehen. Das sieht schon ziemlich gut aus, aber wir wissen, dass das im Spiel, wenn du wirklich spielst, nicht so geil aussieht, wie wenn du ranzoomst. Das sind Werbevideos. Okay, direkt mal schon gestoppt. 9.000 neue Animationen. Ich weiß aus Erfahrung aus den letzten Jahren, und ihr wisst es ganz genauso, außer ihr seid Anfänger und neu, da können 900.000 Animationen sein. Am Ende des Jahres oder sobald sie gefunden werden, spielt die Community, vor allem MyPlayer-Leute, die online zocken und so gut wie jedes Spiel gewinnen wollen. Mein Team-Leute suchen nach diesen Animationen. Am Ende geht es um 1, 2, 3, 4, 5 Animationen. Das sind die besten Animationen und die will dann jeder haben. Dann sind 8.995 Animationen irrelevant. 9.000 neue Animationen sind cool für MyCareer-Leute, die nur offline zocken, die die Spiel-Experience so echt wie möglich haben möchten, dass jeder Spieler im Game genauso furzt, wie er in echt auch furzt. Das ist für Leute, die so spielen wie ich, für viele Leute, die hier zugucken, die so spielen, ist das komplett irrelevant. Aber es sorgt für ein realistischeres Bild. Okay. Powered by ProPlay. ProPlay ist die ganze Mechanik dahinter. Dribble-Like. So. New Dribble Engine. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, das muss man einfach dann in-game spüren. Mike Wang hat es angekündigt als die größte Änderung in NBA 2K seit 15 Jahren. Große Ankündigung. Mal gucken, ob es dann am Ende wirklich besser ist. So. Hier sieht man zum Beispiel solche Animationen, wo der dann noch ein bisschen mehr slidet oder so ist, wie es in echt ist. Shoot-Like Signature Shots. Okay, da wird es eine extra Steuerung dazu geben. Ich weiß jetzt nicht, ob R2 oder ohne R2 auf jeden Fall rechten Stick nach oben halten. Dann kommen eben diese Signature Shots. Ah, das werden wir dann sehen, wenn es so weit ist. ProStick Shooting Mechanik. Ja, ProStick ist der rechte Stick. Und sie wollen halt wirklich dafür sorgen, dass Leute möglichst mit dem rechten Stick shooten und nicht mit Viereck. Find ich bei Moving Shots gar kein Problem. Shoot ich auch gerne bei Step-Bags und Moving Shots, die zur Seite gehen, aber meistens nur bei Step-Bags mit dem rechten Stick. Layups mache ich mit dem rechten Stick und dem Dunk meistens auch. Aber den richtigen Wurf, den normalen Wurf, den nehme ich eigentlich immer mit Viereck und ich glaube, es geht vielen so. Die wollen seit Jahren den rechten Stick pushen und es gelingt nie, weil immer irgendwas dabei ist, was es zu schwer macht. Die sagen ja, okay, wenn du mit dem rechten Stick wirfst, du hast den Boost hier und so und so und die Leute, die durchziehen, die feiern das, weil sie haben eben diesen kleinen Vorteil. Wie groß der Vorteil ist, das hat man dieses Jahr auch schon wieder mit dem Shot Meter gesehen. Ohne Shot Meter, mit Shot Meter, eigentlich ohne Shot Meter, 20% Boost auf dein Green Window. Klar, woher soll ich das wissen? Ich sehe mein Green Window ja nicht. Leute mit Shot Meter machen, würfe die eigentlich scheiße getimed sind irgendwie rein, weil das einfach so ist. Das ist, das ist, das muss, also seit Jahren Shooting ein Riesenproblem. Machen wir weiter. Ja, Celebrations auch sehr wichtig. So, Defend-Like, New Defensive Movement System. Nice, cool. Auch hier, genau wie bei der Dribble Engine, macht es das wirklich besser oder ist es eine Verschlimmbesserung? Man hat nicht viele Infos. Man soll wohl etwas besser in der lateralen Bewegung sein, so wie man das jetzt hier in dem Video auch sieht. Man kann Laufwege vom Gegenspieler zum Korb cutten, Cut-Offs nennen sie das, soll wohl ganz gut funktionieren. Ich bin sehr gespannt, ob die Verteidiger wirklich so besser dastehen. Die letzten Jahre waren die Angreifer eigentlich immer, die dem Vorteil waren. Wenn die Defense zu sehr im Vorteil ist, wird das Spiel keinen Spaß machen, weil zu viele Leute nicht schaffen werden zu scoren. Wäre auch schlecht für 2K. Deswegen, zu stark können sie die Defense nicht pushen. Genau, schaut euch das mal an. Schaut euch mal diese Animation an. Die hat man so eigentlich noch nicht gesehen. So, Skill-Based haben diese Defensive Cut-Offs, haben sie Skill-Based genannt, falls ihr das in dem Video gerade gesehen habt. Das wird sich noch zeigen, ob das wirklich Skill-Based ist. Shoot-Like, Paul George. New Rhythm Shooting. Es wird eine neue Shooting-Mechanik geben, eben mit dem rechten Stick. Nach unten ziehen und dann im richtigen Timing nach oben ziehen und dann rechtzeitig loslassen. Genauso, wenn du einen Sidestep oder sowas machst. Nach rechts, dann nach links, nach links, dann nach rechts, wie auch immer. Immer in eine Richtung ziehen und dann in die entgegengesetzte Richtung ändern und dann rechtzeitig loslassen. Macht Sinn, das ist ja auch die Bewegung, die der Arm macht. Das finde ich an sich cool. Die Frage ist halt, wie gut wird das funktionieren? Wie langsam müssen Releases sein, dass man das gut machen kann? Wenn schneller Release ist, hast du da eigentlich keine Chance, außer du bist extrem gut. Wie hoch ist der Boost? Bringt es was? Wir werden sehen. Ich weiß nicht. Ich bin da immer skeptisch. Live-Like-Shot-Accuracy and Authenticity. Seamless-Dribble-to-Shot-Controls. Die Dribble-to-Shot-Controls. Sie haben auch gesagt, dass man die Moving-Shots jetzt besser canceln kann. Das ist so eine Mischung aus Shooting und Dribbling, wenn man das jetzt als Punkt reinnimmt. Und wenn du dieses Jahr einen Moving-Shot cancels, dann hast du nicht die Möglichkeit, direkt einen Richtungswechsel zu machen. Sondern du hast irgendwie immer so einen... Man bleibt stehen und man hat so ein, zwei Dribbles, bevor man irgendwas machen kann. Ich weiß nicht wie. Ich habe es dieses Jahr nicht rausgefunden. Ich werde es dieses Jahr auch nicht mehr rausfinden. Das ist vorbei. Aber es wird wohl besser sein, da den Übergang zu schaffen. Und dann wird ein Moving-Shot richtig gefährlich. Wirklich. Dann Moving-Shots, Meta. So, Jason Tatum trifft hier den Game-Winner, der... Daran erkennt man, dass 2K nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Jason Tatum, der hier so einen Game-Winner trifft. Hell no. Alright. Dann haben wir hier nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Dribble-like, Defend-like, Shoot-like, Ball-like. So, und dann sieht man hier nochmal Bronny James gleich. Zack. Ja, haben sie gut getroffen, ne? Alright, Ball over everything. Ja, ich glaube eher Money over everything, aber das ist eine andere Geschichte. Wir gehen jetzt noch auf Twitter rüber und gucken mal, was der Gameplay-Director Mike Wang dazu sagt. Es sind noch ein paar Fragen, die abseits von diesem Video beantwortet wurden und die auch sehr, sehr wichtig für das Spiel und die das Spielerlebnis sind. Und das will ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Vor allem den Leuten, die gar nicht auf Twitter sind oder in diesem Discord-Channel von NBA2K. Und deswegen gehen wir da jetzt nochmal rein. Das ist der Account. Mike Wang, Beluber, 2K Sports Gameplay-Director. Also der ist verantwortlich für die ganze Scheiße, die hat passiert. Aber er ist am Anfang von dem Game-Cycle immer sehr, sehr offen. Lügt die Leute an, damit sie nicht das Spiel kaufen. Nein. Also, wir gucken uns mal wichtige Sachen an. Ich fliege da mal so ein bisschen drüber. Ich habe schon ein paar Sachen rausgesucht. Eine Sache, die ganz cool sein wird, vor allem für Anfänger, es wird Minigames geben. Minigames, in denen man lernt, wie das Spiel funktioniert. Verschiedene Kontrollsachen. Ja, wie werfe ich, wie dribbel ich, wie spiele ich den und den Pass. Das wird ganz cool sein. Es wird eine neue Kamera geben, das wird diese 2K-Cam sein, nur ohne, dass die sich dreht. Er feiert die. Mal gucken, ob die wirklich so geil ist. Hier ist ein dickerer Post, der kam sogar direkt von NBA2K. Sie haben die Größe von den Spielermodellen verkleinert oder den Court vergrößert, sodass man mehr Platz hat. Was sagt uns das jetzt? Also, mehr Platz auf dem Court bedeutet einfach, dass du mehr Freiraum hast für deine Sachen. Wenn du ISO spielst, sind die Helpdefender nicht so nah dran. Wenn sie nah dran kommen, ist woanders jemand richtig frei. Chancen auf Kick-Out-Pässe. In der ISO, so wie im Pick-and-Roll, einfach mehr Platz, um diese ganzen Sachen zu erzwingen, zu machen und zu tun. Wenn du einer bist wie ich, der gerne cuttet, ich glaube, für uns ist diese Änderung mit dem großen Court ein Vorteil. Je nachdem, wie die Verteidigung agiert in der Off-Ball-Defense, je nachdem, wie die Verteidiger, die dann Off-Ball auch steuern, je nachdem, wie sehr die im Vorteil sind, und dazu kommt gleich auch noch was, wird ein Cut, der gesetzt wird. Wenn das überhaupt noch geht, dazu hat man bis jetzt noch keine Info gehört, glaube ich, wieder overpowered sein in NBA 2K25. Ich spiele ja schon seit Jahren so, dass ich mit Dreieck einen Cut setze von einem Spieler, der nicht den Ball hat, und dann kann ich den Ball passen. Andere normale Spieler, der Großteil der Community, die haben das erst so vor zwei Jahren entdeckt, und letztes Jahr war es richtig overpowered. Und dieses Jahr haben sie es ein bisschen runtergedreht, aber wenn man es kann, kann man es trotzdem noch sehr, sehr gut nutzen. Ja, Cut ist größer, beziehungsweise Spieler sind kleiner, man hat mehr Platz. An sich eine coole Änderung, mal gucken, wie die Leute das feiern, wenn das Spiel dann ein, zwei Wochen draußen ist, und sie merken, dass die geguckt werden in der Verteidigung. Auch eine sehr interessante Frage, ist there a penalty for playing Off-Ball-Defense? Also wirst du bestraft, wenn du Off-Ball-Defense spielst, für Anfänger Off-Ball-Defense ist, Gegner hat den Ball, und ich steuere als Verteidiger nicht den Spieler, der gegen den Ballführer gerade spielt, sondern ich steuere einen der vier anderen Spieler, der gegen die steht, die nicht den Ball haben, ja, Off-Ball-Defense, klar. Er schreibt, there is no explicit penalty for playing Off-Ball, but there is a definite advantage to manually controlling the On-Ball-Defense. Also, es gibt keinen Nachteil, aber es gibt einen Vorteil für den, der es macht. Angeblich, mal gucken, wie hoch der Vorteil dann wirklich ist. User-controlled Defenders get a slight boost to their contest scores, also contest wird erhöht, compared to AI-controlled Teammates. Also, users can take advantage of the new defensive cut-off mechanic to get more jam-ups and fumbles against the Ball-Handler. AI-Teammates also have a perception delay, have perception delays, so based on their ratings, they may not be as reactive and give up driving lanes more often than a solid user-controlled Defender would. Okay, das klingt erstmal genau nach dem, was wir gefordert haben. On-Ball-Defense fördern, Off-Ball-Defense runterschrauben. Es ist wie alles. Ich habe es am Anfang gesagt, wir sehen uns erst im Game. Ich sage es jetzt trotzdem immer wieder nochmal, weil es einfach passt. Man muss gucken. An sich, gute Änderungen. Eine riesengroße Änderung, die mache ich jetzt hier auch mal groß, ist die Aussage. Und jetzt mache ich es wieder klein, weil man sieht es nicht komplett. Rest in Peace Whistle. Da oben ist es. Rest in Peace Whistle. Wer weiß nicht, was Whistle ist? Whistle ist eine Plakette, die dafür sorgt, dass du leichter Foul Calls bekommst. Zum Beispiel, wenn du in die Zone ziehst, zum Layup, zum Dunk, höhere Wahrscheinlichkeit, einen Foul Calls bekommen. Wenn du Dreier wirfst und der Contest kommt, das ist eine Pest gewesen dieses Jahr. Wie viele Dreierwürfe haben meine Gegner bekommen, weil meine Computer Defense beim Dreier vom Gegner hochgesprungen ist und gefoult hat? Eine Katastrophe. Also, da haben einige Leute einige Spiele verloren. Diese Plakette ist raus. Mal sehen, was sie sich dafür einfallen lassen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Aber das ist eine gute Änderung, dass diese Plakette draußen ist. Was haben wir hier noch? Can you still jab step into a standing meter dunk? Kann man nicht mehr. Haben wohl einige Leute ausgenutzt. Standing dunk mit dem Shot Meter. Also, rechter Stick ist mega overpowered. Mache ich mittlerweile auch sehr gerne. Leute haben davor wohl noch einen Jab Step gemacht. Also, im Sternstritt. Habe ich nie gesehen. Weißt du, ob ich das gemacht habe? Bewusst oder unbewusst. Jedenfalls geht das nicht mehr. Was haben wir hier noch? Mit den neuen Cut-Off-Animations sind right Stick Steals weg. Du kannst immer noch mit dem rechten Stick stealen. By releasing intense D, LT, L2. With the trigger held, you will get Cut-Off-Moves. Okay, also ihr müsst... Ja, das war wichtig, dass ich den rausgenommen habe. Wenn ihr stealen möchtet mit dem rechten Stick, müsst ihr L2 loslassen. Sie haben es geändert. Dieses Jahr kannst du mit L2 rechter Stick in dieser Verteidigungsposition L2 gedrückt halten. Kannst du stealen. Du kannst dich bewegen, kannst stealen. Dieses Jahr, also ich sage jetzt dieses Jahr NBA 2K25, wird es so sein, dass wenn du L2 gedrückt hältst und den rechten Stick dann in eine Richtung bewegst, dann wirst du diesen Cut-Off-Move machen. Das könnte Probleme geben, wenn du eigentlich stealen willst, aber du machst dann eine Bewegung in die andere Richtung. Der Gegner zieht einfach an dir vorbei, macht den Wurf oder den Layup. Kopf einschalten, Leute. Kopf einschalten. Das wird mir bestimmt auch ganz oft passieren am Anfang. Zum Stealen L2 loslassen. Hat Kevin Durant einen neuen Jumper? Ja. Hoffentlich einen schnelleren. Also der Kevin Durant-Jumper dieses Jahr ist viel zu langsam gewesen. Kevin Durant, einer der besten Scorer aller Zeiten. Gefühlt nicht spielbar, wenn man kompetitiv online spielt. Das ist krass. Are instant green animations back? Ja. Sie sind zurück, aber es gibt wohl eine Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Du bekommst dann nicht das Shot-Feedback, was du eigentlich haben möchtest. Normalerweise willst du einen Shot-Feedback bekommen, ist dein Wurf vom Timing her genau richtig, zu früh, sehr zu früh, zu spät, viel zu spät. Und wie viel Prozent hat der Contest vom Gegner? Das ist wohl, wenn du die instant green animation bekommst, nicht mit dabei. Ich lese nochmal ganz genau nach. There is a new Shot-Feedback option called Simple. In the Customize HUD menu, that is on by default. Das ist automatisch on. This will display your timing feedback immediately once you release your shot. Also es wird nur das Timing Feedback. If you want Full-Shot-Feedback, also das mit den Contest-Prozenten, which includes defensive coverage, das was ich sage, you'll find to, you want to change the visibility setting to all shots. Full-Shot-Feedback is delayed, just like it was in NBA 2K24. Also wenn du dieses ausführliche Shot-Feedback haben willst, und das willst du haben, dann wirst du dein Feedback erst nach dem Release vom Wurf bekommen. Aber das ist gar kein Problem. Mach das Ding auf alle Würfe, damit ihr euer richtiges Shot-Feedback bekommt. Es ist wichtiger zu wissen, wie sehr man gedeckt wurde bei dem Wurf und ob das Timing gut ist. Das ist wichtiger, als direkt zu wissen, ob der jetzt reingeht oder nicht. Also überlegt mal. Freiwürfe wurden verändert. They work similarly to last year, but the new free-throw rating plays a bigger role in the calculation to prevent low-rated free-throw players from being overly effective. Dieses Jahr ist es so, wenn du die Animation von, und das ist beim Wurf genau wie beim Freiburg, wenn du die Animation von deinem Spieler drauf hast, dann kann der eine 70, eine 60, eine 90, eine 80, eine 50 haben, dann trifft man Würfe. Wir hatten dieses und letztes Jahr zum Beispiel bei einem Dreier von Kareem Abdul-Jabbar das Problem, wir hatten 66er Rating, einen 60er Rating, aber der Release war so nice und so einfach zu greenen, dass man mit dem in MyTeam einfach getroffen, getroffen, getroffen. getroffen hat, als ob der eine 90 hätte und das ist zu krass. Gleiches gilt jetzt für die Freiwürfe, das wurde ein bisschen runtergeschraubt und weil ich jetzt das Video nicht zu lang werden lassen möchte, ist hier die Roadmap für die nächsten Ankündigungen, wenn es um NBA 2K25 geht. Also am 1. August war das, worüber wir jetzt heute gesprochen haben. Am 5. August geht es um MyPlayer und MyCareer, am 12. August um die WNBA und MyNBA. Am 19. August, für uns ganz wichtig, MyTeam. Am 26. August geht es um die City, das interessiert kein Schwein. Am 2. September gibt es Informationen zu den 2K Beats, die bei mir immer aus sind, weil ich bei den Videos Probleme mit der Musik kriege. Und Season 1, sehr geil. Early Tip-Off ist am 4. September, wer vorbestellt hat, kann ab dann spielen. Am 6. September ist Launch für alle. Also, liked das Video, abonniert, wenn ihr neu seid, für ein geiles NBA 2K25. Ja, selbst wenn das Spiel scheiße wird, wir gucken rein. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Am Ende geht es darum, gemeinsam Basketball zu feiern. Und, ja man, ich melde mich mit neuen News spätestens am 19. August. Ansonsten schaut euch auch mal die Videos zu meinen Karten an, meinen NBA Trading Cards. Schaut euch auch mal die Videos an zu den Pack Openings, die ich jetzt noch mache oder auch schon gemacht habe. und guckt auch mal auf meinem Zweitkanal vorbei, allnba.de. Da rede ich über das, was in echt beim Basketball passiert. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye.